Rot-Weiß Essen hat gestern den ersten Heimsieg der Saison gefeiert. 3 zu 1 zu Hause an der Hafenstraße gegen BVB 2. Darüber sprechen wir hier im Talk. Was hat Trainer Christoph Dabrowski diesmal anders gemacht? Warum ist der Knoten endlich geplatzt? Und außerdem sprechen wir über die besonderen Leistungen von Torben Müsel gestern im Spiel und darüber, warum Leonardo Wonic nicht zum Zug gekommen ist. Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ. Hallo liebe RWE-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich noch nicht. Mein Name ist Katrin Böcker und ich werde hier an dieser Stelle jetzt die nächsten paar Male die Kira vertreten. Die ist nämlich gerade im Urlaub. Ich bin Redakteurin in der Essener Lokalredaktion der WAZ und beschäftige mich da viel mit RWE-Themen. Und zwar mit allen Themen, die nicht unmittelbar mit der Spielberichterstattung zu tun haben. Das heißt, ich bin meistens im Stadion und kümmere mich so um das Ganze drumherum. Wir packen euch da auch nochmal einen Link in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr zum Beispiel nachlesen, was die Johanniter so an ihrem Einsatz am Spieltag erleben oder wie ich am Bierstand gearbeitet habe. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Und jetzt begrüße ich meine beiden Kollegen, die RWE-Experten Martin Herms und Ralf Wilhelm. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch, liebe Katrin. Ja, gestern erster Heimsieg für RWE. Flutlicht, 19 Uhr, Hafenstraße. Besser konnte es eigentlich nicht laufen. RWE hat da einen richtig guten Auftritt hingelegt. Oder wie seht ihr das? Kann man wohl so sagen. Also gerade die ersten 45 Minuten waren schon richtig nah dran an der Perfektion. Das war echt ein brauschender Auftritt. Rot-Weiß hat sich in einen Rausch gespielt. Es hat einfach gepasst alles von vorne bis hinten. Man hat wunderschöne Tore erzielt. War natürlich auch so ein Brustlöser, dieses 1-0 durch Torben Müssel, dass so ein Ding einfach mal reingeht, so ein feiner Stenzer. Und danach hat man das Spiel beherrscht. Die Konterabsicherung war richtig gut, bis auf die erste Szene in der vierten Minute, als Dortmund zu einer sehr guten Chance zu Julian Hetfer gekommen ist. Man hat es einfach geschafft, so die schnellen Angreifer in Schach zu halten, hat selbst das Spiel gemacht, hat eine gute Struktur im Spiel gehabt und war einfach immer irgendwie ein Schritt schneller, galliger, vom Kopf her einfach etwas präsenter als die Dortmunder. Und ja, ist dann entsprechend mit der 3-0-Führung in die Pause gegangen, hat das danach so ein bisschen verwaltet. Ja, hätte man durchaus nach dem 3-1 noch mal ein paar Probleme bekommen können, wenn Goldstein nicht zweimal hält. Da hat man ein bisschen nachgelassen. Aber gut, man hat auch nicht gegen Laufkundschaft gespielt. Borussia Dortmund 2 hat schon einige gute Kicker da drin. Der angesprochene Head war Wettchen oder auch Campbell. Das sind alles Jungs, die einen Anspruch haben, mindestens eine Liga höher zu spielen. Und ja, zusammenfassend, ein richtig, richtig guter Auftritt. Wichtige drei Punkte. Wie hat es dir gefallen, Ralf? Es ist alles gesagt, wir können eigentlich jetzt einen kleinen Schluss machen. Leichter Nieselregen hat vielleicht noch gefehlt. Das war richtiges RWE-Camperwetter und ja, 1-0, dann ist die Menge da und dann läuft das alles wie von selbst, hat man das Gefühl gehabt. War ein perfekter Abend, bis auf einige Sequenzen in der 2-1-Halbzeit, über die man den Mantel des Schweigens legen wollte. Wir steigen mal ein bisschen tiefer ein. Welche Szene habt ihr euch rausgesucht? Willst du anfangen, Ralf, mit dem Sahnetal? Das Sahnetal, das Sahnehäubchen, die Kirsche, war das dritte Tor von Müsel. Sein zweites an diesem Abend. Und ich glaube, wenn er das erste nicht gemacht hätte, dann hätte er nicht die Lockerheit für das zweite gehabt. Das war schon Bayern München-like, muss man sagen. Auch wenn ich jetzt dafür wieder böse Zuschriften wahrscheinlich bekomme. Aber muss man mal erwähnen, das roch schon nach Bundesliga. Das war schon nicht mehr dritte Liga. Wer den Ball mit dem Oberschenkel mitnimmt, den Torwart ausguckt und ihn dann auch noch auf dem falschen Bein, der er nicht erwischt und ihn dann vorbeilegt. Ja, da sind schon einige Korken von den Flaschen geflogen in dem Augenblick im Stadion. Fand den diagonalen Ball von Lukas Brumme aber auch richtig? Oh ja, das war der 40-Meter-Pass von hinten raus auf die rechte Seite. Perfekt. Das macht er ja nicht durch Zufall, das macht er ja sehr oft, der Lukas Brumme. Und das sah schon verdammt gut aus. Ja, meine Szene des Spiels ist das 2 zu 0. Das fand ich einfach so von der Entstehung bis zum Abschluss einfach richtig, richtig gut. Ja, ein Ballgewinn von Rios Alonso, eine beherzte Grätsche in der eigenen Hälfte. Und dann ging es einfach blitzschnell nach vorne. Dieses Umschaltspiel, für das man Rot-Weiß ja auch vor allen Dingen nach dem Wenenspiel kritisiert hatte, hat Rot-Weiß einfach nun perfektioniert und richtig gut gemacht. Dann ging es wirklich volles Tempo nach vorne, Ballgewinn. Dann waren da sechs Spiele am Ende beteiligt an diesem Tor. Winsheimer legt wunderbar raus auf den starken Eitschberger, der geht dynamisch vorbei. Auf Bojamba, der war, ja, ich habe es nur noch mal angeschaut, konnte nicht genau erkennen in den Highlights, ob der jetzt drin war oder nicht. Schwamm drüber, Safi dann gedankenschnell. Also die waren wirklich, die Essener, man hat das Gefühl, die waren irgendwie immer vom Kopf her einen Schritt weiter als die Dortmunder an dem Tag. Safi mit dem Nachschuss, mit dem zweiten Ball haut der dann rein. Ja, das war schon eine richtig coole Aktion, von vorne bis hinten einfach. Ja, richtig viele Spieler, die gestern eine sehr gute Performance abgeliefert haben. Man of the Match war ganz klar Torben Müsel. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Er hat von dir eine Eins bekommen bei dem Noten. Ja. Habe ich selten gelesen. Das gibt der Martin selten. Ich gebe sie selten, aber was willst du so einem Mann anderes geben? Der hat ja einfach dieses Spiel entschieden mit diesen zwei wunderbaren Toren. Und ja, man hat einfach gesehen, was dieser Junge drauf hat. Der spielt ja schon wie ein Routinier. Man darf aber auch nicht vergessen, der ist ja erst 25. Also an dem wird Rotweiß-Essen noch sehr, sehr viel Freude haben. Da kann man sich auch glücklich schätzen, dass sein Vertrag noch bis 26 läuft. Sonst hätte es dann wahrscheinlich wieder ab Winter Diskussionen darüber gegeben, ob der nicht möglicherweise woanders hingeht. Also ja, wenn sich ein höherklassiger Klub entscheiden sollte, dann hätte man zumindest nochmal die Möglichkeit, Geld abzugreifen. Sollen wir natürlich nicht jetzt irgendwie wegreden. Ja, ganz klar, Man of the Match hat das Spiel entschieden mit diesen genialen Momenten. Und die hat er halt einfach drauf. Also Torben Müsel ist jemand, der immer wieder mal einen blitzgescheiten Moment hat vorm Tor. Und ja, deswegen war Dabrowski auch gut beraten, ihn weiter vorzustellen, also auf die Acht zu schieben. Er hat ja in den Wochen zuvor auch mal häufiger die Sechser-Position übernommen. Den Gedankengang kann ich an sich nachvollziehen, weil der zentrale Mann vor der Abwehr ja auch derjenige ist im Spielaufbau, der häufig zentral vom Tor angespielt wird. Und da brauchst du halt einen beisicheren Mann wie Müsel. Aber in der Offensive kommen seine Stärken einfach viel besser zum Tragen. Das hat man gestern ganz klar gesehen. Du hast geschrieben, er hat die Kugel gefühlvoll ins Tor geschoben. Das habe ich auch noch nicht so oft aus deinem Mund gehört. Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Also dieses Tor, das 3-0, also sowas habe ich, ich fühlte mich da irgendwie an Dennis Bergkamp 1998 erinnert. Rally wird wissen, worüber ich rede. Damals. Zu lange her. Zu lange her. Gegen Argentin war ein Viertelfinaltor. Nein, das war einfach, also technisch war das, ja, du hast es ja schon gesagt, es war schon Bundesliga-reif. Das war auch Messi. Messi hat auch so Tore gemacht. Das war einfach unglaublich. Also was man technisch drauf hat am Ball, ist schon richtig gut. Kann man nicht anders sagen. Es gab allerdings auch einen Spieler, für den es gestern Abend nicht so gut gelaufen ist. Leonardo Wonic hat nicht nur seinen Platz in der Startelf verloren an Manuel Winsheimer, sondern hat tatsächlich keine einzige Minute gespielt, wurde nicht eingewechselt. Wie erklärt ihr euch das? Moment, da muss ich nochmal kurz einhaken. Ich muss das nochmal von letzter Woche korrigieren. Da gab es Kommentare, die haben alle recht gehabt. Natürlich war das völlige Binsenweisheit, die ich verbreitet habe. Als ich sagte, wenn Wonic das 3-1 gemacht hätte, dann wäre das 2-2 nicht gefallen. Ich meine, klar, mathematisch ging das ja auch nicht mehr, weil es 3-1 gestanden hat. Und was der Redner meinte, war natürlich, wenn Wonic das 3-1 gemacht hätte, dann wäre es nicht mehr unentschieden ausgegangen. Also ich möchte das bitte nochmal korrigieren an der Stelle. Nicht, dass das alles aus der städtischen Gymnasium in den Botjob zurückfällt, dass die Leute dann glauben, die haben keine Mathematik gehabt. Also rechnen kann ich dann durchaus schon. Aber jetzt zu Wonic. Ja, ist natürlich für einen Stürmer keine einfache Situation. Du hast einmal dieses Spiel in Ingolstadt, du fliegst aus der Startelf, kommst rein, hast ein Riesending, um das Spiel zu entscheiden, machst es nicht im Gegenzug, dann das 2-2. Und dann, ja, vier Tage später sitzt du 90 Minuten lang auf der Bank. Ja, er hat sich natürlich ein Stück weit selbst vorzuschreiben. Die Leistungen zuletzt waren halt nicht so gut. Ihm fehlte auch so ein bisschen das Glück im Abschluss. Ja, Winsheimer hat es in Ingolstadt ordentlich gemacht. Da musst du halt durch. Trotzdem, ja, willst du jetzt zeigen? Ist vielleicht auch für ihn eine Art Charaktertest. Ja, er darf sie jetzt nicht hängen lassen. Also er muss jetzt weiter Gas geben. Ich meine, es sind 38 Spiele. Wir haben jetzt den siebten Spieltag. Seine Möglichkeiten werden nochmal kommen. Und ja, er muss einfach zeigen, dass er sich davon jetzt nicht zurückwerfen lässt. Also was ich so gehört habe, er ist zwar ein sehr selbstbewusster Typ, hält durchaus viel von sich, ist aber kein Stinkstiefel. Also es ist jetzt keiner, der jetzt glaube ich anfangen wird, im Rücken des Trainers irgendwie Mist zu erzählen. Ja, er muss sich einfach reinhängen und dann auf seine Chance warten. Und dann wird es auch für ihn angenehmere Abende geben. Wir haben ja schon oft gesagt, dass er ein gewisses Pflegma hat. Das sah man immer so, sah man ihm an, wenn er spielte und er wusste, er hat keine Konkurrenz. Jetzt hat er Konkurrenz. Und jetzt bin ich geschworen. Ich denke mal, dass seine Karriere zumindest bei Rot-Weiß jetzt an einem Scheideblick steht. Will er es jetzt wissen? Will er zeigen, dass er einer ist? Oder macht er jetzt das beleidigte Diva und trottet jetzt ein bisschen nachher? Und dann wird er nicht mehr die große Rolle spielen. Dann hat Winzheimer sicherlich ganz klein die Nase vorn, auch in den nächsten Wochen. Winzheimer sah ja auch gut aus gestern Abend. Absolut. Er hat die Bälle festgemacht, er hat sie gut verteilt. Er hat zwar jetzt kein Tor erzielt, aber er hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass eben andere gelänzt haben in dem Augenblick. Und das reicht ja dann auch. Vor, ich glaube vor zwei Wochen habt ihr hier im Talk mal darüber gesprochen, dass Martin, du schon mal bessere Stimmung im Stadion an der Hafenstraße erlebt hast oder beziehungsweise früher noch im Georg-Melchis-Stadion. Man hatte gestern Abend das Gefühl, da hat sich ein bisschen was verändert. Haben die Leute auf dich gehört? Haben die deinen Artikel gelegt? Hoffe ich doch mal. Wenn nicht, dann packen wir noch mal in die Shownotes oder bei YouTube in die Links rein. Ja, also es hat, man hat schon bemerkt, dass sich ein bisschen was getan hat auf der Tribüne. Also grundsätzlich fand ich die aktive Fanszene sehr, sehr laut, lauter als sonst. Und man hat auch dieses Bemühen einfach bemerkt, die anderen Tribünen mit einzubeziehen. Da war auf jeden Fall was. Natürlich, mit einer 3-0-Führung sinkt es sich halt viel einfacher als bei einem 0-3 gegen Wiesbaden. Ist ja völlig klar. Aber ja, das hatte gestern schon mal wieder was von Hafenstraßenatmosphäre, ganz klar. Es wurden Schals in die Luft gehalten. Auch die, auch die, und die Tribüne haben alle mitgemacht. Das war schon ganz cool, muss man sagen. Ralf, hat dich die Stimmung genauso abgeholt? Ja, absolut, kann man nur sagen. Und die Gesänge, die dann am Ende leider erst angestimmt wurden, immer wieder RWE, da war da wieder das ganze Stadion beteiligt. Das kann man ruhig mal etwas früher machen. Da muss man nicht so viele Solo-Parts in der Kurve hinlegen, die dann so vor sich hin singen. Von daher hätte ich mir das schon eigentlich nach dem 1-0-2-0 gewünscht, dass da die Stimmung abgegangen wäre, weil der Boden war dafür bereitet durch die Tore. Also das war schon, hat schon wieder geprickelt gestern Abend, ja. War eine emotionale Stimmung. Trainer Christoph Dabrowski hat auch eine gelbe Karte bekommen, sagte, dann war schon seine zweite, er muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Der angeblich immer so zurückhaltende und introvertierte Dabrowski hat aber auch gezeigt, dass in ihm Emotionen toben. Ist auch mal wieder nett zu sehen, dass der Trainer auch mitgeht. Es ist nicht so, dass er da als Eisblock steht, sondern der lebt das Spiel auch mit. Und jetzt muss er, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Er muss aufpassen, genau. Ab der vierten bekäme er eine Sperre. Also quasi eine kann er sich noch erlauben. Ansonsten... Eine hat er noch. Kann ein Mann einem noch toben, ja. Ein Mann kann er noch toben. Da sind wir froh. Okay, wir wollen noch mal ein bisschen tiefer in die Analyse einsteigen. Top-Thema der Woche. Und zwar wollen wir ja alle eigentlich wissen, RWE ist schwach in die Saison gestartet. Jetzt läuft es besser, geht es bergauf. Was hat denn Christoph Dabrowski oder was hat die Mannschaft auch anders gemacht? Beim letzten Spiel schon und bei diesem jetzt besonders? Ja, man kann ja schon, wenn man jetzt das Ingolstadt-Spiel und das Dortmund-Spiel betrachtet von einem kleinen Aufwärtstrend, sprechen von einem großen, ist einfach nur zu früh. Da muss man einfach mal sehen, wie sich jetzt die Mannschaft in den nächsten Wochen schlägt. Aber ja, im Vergleich zum Wenen-Spielen sind schon ein paar Dinge geändert worden. Wir hatten es vorhin schon angesprochen. Da ist einmal dieses Thema defensive Stabilität, Konterabsicherung, das war vor allen Dingen gestern halt richtig, richtig gut. Gegen Wenen hat man da wirklich die Grenzen aufgezeigt bekommen und Anschauungsunterricht bekommen. Nun hat man es wirklich geschafft, auch gerade gestern die schnellen Dortmunder Stürmer in Schach zu halten. Man hat es selber geschafft, mal Bälle zu gewinnen vor dem 1-0, durch Safi, Balleroberung, Pass, Tor, vor dem 2-0 ebenfalls. Dann gab es eben noch die angesprochenen Änderungen in der Sturmspitze. Winsheimer, den ich an dieser Stelle auch schon nach dem Wenspiel deutlich kritisiert habe, hat wirklich eine gute Antwort geliefert, hat es echt gut gemacht, muss man sagen. In Ingolstadt schon zwei Torbeteiligungen, war am ersten beteiligt, das zweite, da holte er den Elber raus, sehr clever. Gestern hat er mir auch als Ballverteiler sehr, sehr gut gefallen. Also diese Maßnahme hat schon gefruchtet. Dann die bereits angesprochene Umstellung, dass Müsel von der 6 auf die 8 geschoben wurde. Da ist er einfach unheimlich wichtig für die Mannschaft durch seine Kreativität, durch seine Stärken im Abschluss. Und ja, das sind so ein paar Dinge, die geändert wurden und die jetzt fruchten. Ich glaube, entscheidend ist auch das, was, ich glaube, Arslan war es, der vor zwei Wochen sagte, es sind jetzt wieder so viele neue Spiele dabei, Eitschberg aber dazugekommen, wir müssen erst mal die Laufwege kennenlernen. Und das haben sie jetzt mittlerweile drin. Man sieht jetzt einfach, wie das ineinander greift, wenn sie im Angriff sind. Kaparos hat gestern für mich die beste Partie seit seiner Zeit bei Rot-Weiß-Essen gespielt, hat sich wunderbar in den Angriff eingeschaltet, hat die Bälle weitergeleitet auf die Außen. Da ist viel über Safi gegangen, der geht ja ab, der hat überhaupt keine Angst vor der dritten Liga, der kommt aus der Regionalliga, darf man ja nie vergessen. Und der spielt die dritte Liga so, als wenn er immer schon dabei ist. Also es macht dann wirklich Freude zu sehen, wie jetzt auch das Verständnis der Spieler untereinander von Spiel zu Spiel immer weiter wächst. Ich muss auch sagen, Julian Altschberger über rechts ist halt hinten auf der Position offensiven Flügel in den ersten beiden Spielen gegen Bielefeld und Tag hat er mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber hinten rechts, diese Dynamik, die der hat, ist ja wirklich unglaublich. Also der ist ja so Zweikampfstark, ist ein richtiges Tier im Zweikampf. Einmal vor dem 3-1 hat er eine Millisekunde geschlafen, ist er zu spät in den Sprint gekommen. Aber ansonsten hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber der Hedver ist auch schnell, muss man dazu sagen. Ja, ist er auch. Der Hedver natürlich. Aber wenn du da eben einen Schritt zu spät losläufst, hast du keine Chance mehr. Zweiter Sieger. Ja, auch ein Altschberger. Aber trotzdem, der ist, also das ist wirklich im Vergleich zur letzten Saison eine enorme Verstärkung hinten rechts. Also Fufak, Wiegel, alle nicht so auf dem Niveau wie Julian Altschberger. Der bringt die Mannschaft wirklich nach vorne. Und eine Verstärkung ist, dass eben dadurch, dass Safi jetzt dabei ist, Lukas Brumme wieder hinten links spielen kann. Er hat das Feld dann vor sich und da hat er einfach seine stärksten Momente. Wenn man an die Diaronalpässe denkt, wie er das Spiel mit aufbaut, wie er das Zusammenspiel pflegt mit Safi auf der Seite. Also dass der hinten links wieder spielen darf, finde ich, ist genau richtig für ihn. Ja, aber wie gesagt, wie schon angesprochen, das Trainerteam hat einige Änderungen vorgenommen, die gefruchtet haben. Ich habe mir auch in den letzten Tagen und Wochen, ja, ich mache das immer mal ganz gerne über Social Media, um mir mal so ein Stimmungsbild einzuholen, dass ich mir da mal die Kommentare durchlese. Da sind halt oft Sachen dabei, wo ich manchmal mit dem Kopf schüttel. Vor allen Dingen, wenn es um die Personalie Dabroski geht. Also dass da tatsächlich Leute dabei sind, die irgendwie wieder von Trainerwechsel sprechen oder ihn kritisieren. Ist halt unglaublich. Der Mann hat ja wirklich bewiesen, in der letzten Saison, was er mit einer guten, eingespielten Mannschaft machen kann. Auch in der ersten Saison, als er da hinkam und diesen Kader eigentlich gar nicht zu verantworten hatte, hat er auch entsprechende Anpassungen vorgenommen. Sie sind mit Hurra-Fußball gestartet, da haben sie gemerkt, okay, wir haben nicht das Personal dafür, haben ein bisschen defensiveren Ansatz gewählt. Also er schafft es ja schon immer wieder auch Dinge zu ändern und anzupassen. Und ja, und dann natürlich auch ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal für ein Trainerteam ist, mache ich meine Spieler besser. Und da gibt es ja wirklich unzählige Beispiele. Das geht los mit den schon abgewanderten Felix Götze, der damals aus Kaiserslautern aus einer schwierigen Situation kam, dann von Dabrowski aus dem Mittelfeldzentrum in die Innenverteidigung befördert wurde und jetzt einer der besten Innenverteidiger der zweiten Bundesliga ist. Lukas Brumme, der kaum eine Rolle gespielt hat bei WN Wiesbaden. Ja, ein überragender Drittligaspieler mittlerweile. Auch Oboos ist spät gestartet. Dann reden wir von so Jungs wie Müsel, der aus der Regionalliga kam, unter Dabrowski besser wurde, Harenbrock ist stärker geworden. Ja, gibt es mehrere Beispiele. Also das Trainerteam schafft es, viele, viele Spiele besser zu machen. Felix Götze ist ein gutes Stichwort, der war gestern zum Besuch im Stadion und hat es sich hinterher nicht nehmen lassen, Bälle oder einen Mannschaftskasten da in die Kabine zu tragen. Hat uns angegrinst. Da sieht man ja schon, dass das intakt war, auch als er gegangen ist, dass er sich wohlgefühlt hat, wenn er wieder zurückkommt, seine alten Kumpels von Davids besucht. Das war einfach auch eine nette Sache gestern Abend am Rande. Eben. Ja, und ich meine, was erwarten die Leute? Also du hast letztes Jahr eine eingespielte Mannschaft gehabt und hast eine ganze Achse verloren, viele Leistungsträger und das dauert einfach, bis sowas dann wieder zusammenwächst. Da geht es ja auch um Strukturen innerhalb der Mannschaft. Wer übernimmt die Führungsrollen? Und sowas passiert halt nicht von heute auf morgen, das dauert halt. Und ja, also die RWE-Fans können beruhigt sein. Solange Christoph Dabrowski Trainer bei Ruttweiß Essen ist, braucht man sich keine Sorgen um Abstieg oder sonst was machen. Wir wollen den Blick nach vorne richten auf das nächste Spiel gegen Mannheim am Samstag. Dazu spiele ich die nächste Kategorie ab. RWE gewinnt Ben. Ja, in der letzten Saison hat ja das Spiel gegen BVB 2 die Trendwende eingeleitet. Man hatte davor die Klatsche gegen Unterhaching, dann die Klatsche gegen Verl. Dann gab es fünf Siege in Folge. Kann das auch wieder passieren? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Also wenn Rot-Weiß das Selbstbewusstsein von gestern konserviert und mit nach Mannheim nimmt, gucken wir erstmal aufs nächste Spiel. Dann bin ich durchaus zuversichtlich, dass auch da die drei Punkte eingefahren werden. Ob dann allerdings die Serie von fünf Siegen gestartet wird, da möchte ich doch ein bisschen mich zurückhalten. Da sind Spiele dabei in Dresden, dann geht es in Rostock weiter irgendwann. Zwischen kommt Viktoria, Köln und also da kommen jetzt schon die Brocken langsam auf Rot-Weiß zu. Man muss ja ehrlich sagen, die Gegner, die bis jetzt da waren, bis auf Wehen Wiesbaden, sind ja eher so aus dem mittleren Regal. Sandhausen wird auch noch dabei sein in den nächsten Wochen. Also die Knack-Spiele, die kommen erst noch. Also das Gute ist, dass eine positive Entwicklung erkennbar ist. Auch wenn Wehen Wiesbaden mit 0 zu 3 verloren wurde, aber im Spiel mit dem Ball hat man schon eine Struktur gesehen, gerade in der ersten halben Stunde. So, dann in Ingolstadt hätte man das Spiel schon gewinnen können. Da war auch eine deutliche Steigerung erkennbar und gestern halt nochmal wirklich nochmal ein paar Prozent draufgelegt. Das war eine richtig, richtig gute Leistung. Ja, es geht stetig voran. Thema defensive Stabilität. Auswärts war man zuletzt nicht so stabil. Auch in Ingolstadt hat man blöde Gegentore kassiert. Das muss sich natürlich ändern. Gerade in Mannheim ist ein Hexenkessel. Gut, Rot-Weiß hat gute Erinnerungen an Mannheim. Letzten beiden Spiele wurden da gewonnen. Spielt aber jetzt eigentlich keine große Rolle mehr. Auch die haben einen leichten Aufwärtstrend. Durch den Trainerwechsel von Antwerpen zu Trares. Vier Punkte aus den letzten zwei Spielen. Wird auf jeden Fall eine ganz, ganz heiße Kiste. Ist ja auch nicht viel Zeit zur Regeneration bis Samstag. Ja, muss man schauen, ob Dabroski dann wieder exakt die gleiche Aufstellung auch wählt. Oder ob man für vielleicht mal ein paar frische Kräfte zu bringen, ein bisschen durchrotiert. Ja, aber wie gesagt, defensive Stabilität wird der Schlüssel sein. Und vorne dann wieder der eine oder andere geniale Moment wird helfen. Wir werden an dieser Stelle darüber sprechen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt oder zugehört habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, entweder auf YouTube oder da, wo ihr am liebsten Podcast hört. Vielen Dank an euch beide. Danke, Katrin. Danke, Katrin. Das war eine gute Premiere, wie ich fand. Vielen Dank. Wir sehen uns am Montag wieder. Tschüss. Ciao. Von der Hafenstraße Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an von der Hafenstraße at funkmedien.de Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de slash sport.